Ciao Leute, heute habe ich mehr oder minder nur einen Teaser für euch, sorry, aber ich habe mir was cooles bestellt und zwar, warum bin ich jetzt im Easy Entry? Nichts gemacht, naja, whatever. Also, ich habe mir was cooles bestellt und heute ist es gekommen und das sieht so aus. Wer eine Idee hat, was das ist und wohin es gehört, hinterlassen mir bitte einen Kommentar unten. Damit dieses Video, wo ich das dann verbaue, ihr nicht verpasst, solltet ihr natürlich den Kanal abonniert haben. Und außerdem wollte ich euch demnächst über Tidal etwas mehr erzählen. Das habe ich im Prinzip schon vorbereitet, das muss ich nur noch abfilmen und schneiden. Relativ viel Arbeit so abends, all diese Schneiderei, aber es macht Spaß. Vielen Dank für die wahnsinnigen 560 Abonnenten. Also, ich kann es immer noch nicht fassen. Es sind jetzt gerade mal ein paar Monate und ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass gleich so viele Leute auf Abo tatsächlich klicken. Vielen, vielen Dank euch für eure Zeit. Noch ein weiteres Thema neben Tidal. Ich habe noch vor, eine kleine Reihe an Videos zu machen und zwar über Tesla als Unternehmen. Und zwar bin ich auf eine sehr interessante Quelle sozusagen gestoßen. Das muss ich allerdings alles noch verarbeiten, übersetzen, in eigene Worte fassen. Also das bedarf noch ein bisschen Zeit, bis es kommt. Deswegen eben nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Und hinterlasst mir bitte einen Kommentar, ob ihr überhaupt an so einem Content interessiert seid, ob euch Tesla interessiert. Tesla als Unternehmen, die Produkte neben dem Auto selbst. Ja, möglicherweise Insider-Informationen aus dem Tesla-Unternehmen. Ja, und das war es auch schon. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Schöne Restwoche euch und fahrt vorsichtig und bleibt gesund, ja. Ciao, ciao. Vielen Dank.